Hintergrund ist, ich sage auch nichts zum Sender, zum Produkt und so weiter, weil wir eine Aufzeichnung machen und deswegen möchte ich vermeiden, dass wir da irgendwie in Stress kommen mit irgendwelchen Rechten von Sendern und sonst welchen Geschichten. So, das heißt, ja letzten Endes geht es um ein Produkt, was über gut zweieinhalb, drei Jahre entwickelt wurde, was seit zweieinhalb Jahren jetzt auf dem Markt ist, im Heimtierbereich und was wir zunächst mal selbst gebootstrapped haben. Also meine Freundin hat die Entwicklung gemacht, hat auch die ganze von Null weg quasi von der Idee bis letzten Endes über Produktion zur Vermarktung das Ganze mehr oder weniger alleine gestemmt. Produkt, was in China produziert wird und was, wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren jetzt im Handel ist, was seit anderthalb Jahren ungefähr lizenziert ist, einen europaweiten Lizenznehmer, der das Thema vertreibt. Und ja, das Produkt hat einige Preise gewonnen, also Innovationspreise auf der IENA zum Beispiel, bei Fressnapf ein Innovationspreis, wodurch wir da auch gelistet wurden, war eine ganz spannende Thematik, dann in 800 Filialen zu sein, relativ ad hoc von Fressnapf in Deutschland. Und dementsprechend hat das eine sehr hohe Dynamik bekommen und im Zuge dieser ganzen Dynamik gab es auch jetzt eine Anfrage von einem Sender, in die Aufzeichnung zu gehen und das Produkt dann als Innovation, als Start-up danach vorzustellen, was wir gemacht haben. Die Aufzeichnung war, im Januar, also Mitte Januar war schon die Aufzeichnung dafür, wobei man allerdings erst circa zwei Wochen vor der Ausstrahlung der Sendung Bescheid bekommt, ob man dabei ist oder nicht. Das ist eine spannende Nummer. Und die Ausstrahlung ist übernächste Woche. Das heißt, wir wissen seit letzter Woche letzten Endes, okay, wir sind dabei, wir haben einen Termin am 30.10. Und ja, dementsprechend war es dann relativ kurzfristig. Und wie es immer so ist, Weihnachten kommt immer plötzlich. Und so war es auch hier. Das heißt, der Druck ist dann nochmal stark gestiegen, wo wir endgültig die Zusage hatten, wir sind dabei. Und ein Kernthema der ganzen Geschichte ist eben auch, ja, was machen wir mit der Website? Um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, was die Sendung selber betrifft. Wir haben relativ viel recherchiert bezüglich Last, gleichzeitige Zugriffe und so weiter. Und wir reden von circa 5 Millionen Einschaltquote bei dieser Sendung und wir reden davon, dass irgendwas während der Sendung zwischen 250 und 500.000 User auf die Website gehen. Und wir reden davon, dass im Peak wir irgendwas zwischen 120.000 und 150.000 concurrent User haben im Zugriff. Und das Ganze ist vom Lastverlauf her so, dass es einzelne Slots gibt, einzelne Pitches in dieser Sendung und das während des Pitches, der ist 15-20 Minuten lang, ist die Peak-Load letzten Endes da. Und dann fällt es für eine Stunde, vielleicht anderthalb bis zum Ende der Sendung, je nachdem, wo man dran ist, ab auf circa 10 Prozent von diesem Peak. Und dann kann man davon ausgehen, dass noch circa eine Woche im Nachgang die Hausnummern, die wir gehört haben, waren, dass man ungefähr zehnfache Lasthausnummer auf der Webseite hat gegenüber dem Standardfall, dem Normalfall. Und mit irgendwas zwischen 120.000 und 150.000 concurrent Usern auf der Webseite ist man in einem Bereich unterwegs, wo relativ normale Maßnahmen nicht mehr wirklich greifen. Und wir haben dann geguckt, okay, was können wir da tun? Die erste Überlegung war, was immer noch eine Überlegung ist, machen wir überhaupt WordPress? Weil von der Struktur her oder vom Ansatz her sind zwei Dinge wichtig, wenn man Produkte verkaufen will während der Sendung, was wir vorhaben. Es sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass man eine Infrastruktur hat, die hält, die also nicht nach 30 Sekunden zusammenbricht während der Sendung. Dann hat man natürlich nichts gekonnt. Kritisch ist dabei natürlich der Shop, weil in dem Shop halt die dynamischen, interaktiven Themen passieren. Was wir uns überlegt haben als Setup, ist, dass wir eine Landingpage machen. Das heißt, wir haben eine statische Seite, die vorgeschaltet wird. Und wir haben dahinter einen Shop, der über einen Partner betrieben wird. Und wir versuchen zwei Dinge zu erreichen. Das eine ist, wir versuchen vom Funnel her, das so hinzukriegen, dass wirklich möglichst nur die Leute auf den Shop gehen, die auch tatsächlich kaufen wollen, damit wir da die Last minimieren. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich so viele wie möglich über die Landingpage gleichzeitig zu informieren, die grundsätzlich Interesse haben. Wir haben im Wesentlichen drei unterschiedliche Komponenten auf dieser Landingpage. Das eine ist das Produkt selber, die Vorstellung. Also Bilder, Videos, beziehungsweise ein Video und Texte. Das zweite ist die Thematik, weil es hier um Startup und Gründung geht. Das ist auch ein relativ ausführlicher Teil, der über die Firma geht, über das Setup, über die Historie. Und der dritte Teil ist, dass wir zwei neue Produkte in der Pipeline haben, die wir über Startnext-Kampagne dann positionieren wollen während der Sendung und quasi das Momentum nutzen. Und diesen Teil haben wir dann halt auch mit einer entsprechenden Verlinkung in Richtung Startnext jeweils zu dem neuen Produkt. Das sind die drei Grundkomponenten. Wir haben, wenn man sagt, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, die Performance zu optimieren, typischerweise ist die schlechteste Möglichkeit, irgendwas servermäßig zu tun in dem Fall. Sprich, was meine ich damit? Also ich bin lange im Geschäft, ich bin 30 Jahre in der IT, über 30 Jahre inzwischen, habe viel Performance-Optimierung früher auch gemacht für Datenbanken, für Oracle, InfoMix und so weiter. Und es ist immer eine schlechte Idee, wenn man versucht, Performance mit Hardware zu erschlagen. Das heißt, relativ egal, was er am Ende bei dem Volumen, das da ansteht, was er am Ende für einen Hobel da hinstellt, der wird zu klein sein. Das heißt, das Vorgehen ist, erstmal zu gucken, wie kriege ich es hin, dass ich möglichst effizient und effektiv die Nutzer leite. Also Customer Journey, zentrales Thema, im Idealfall, und ich habe mit einigen Agenturen gesprochen, es gibt eine Agentur, die hat inzwischen über 30 Webauftritte für Teilnehmer dieser Sendung gehostet. Mit denen habe ich geredet und die sagen, der Idealzustand ist, der Benutzer geht auf die erste Seite, es gibt da oben einen dicken Button Kaufen und ein Bild vom Produkt. Und dann geht er in den Shop und dann wird er durchgeleitet und innerhalb von 10 Sekunden hat er das Produkt gekauft und ist raus. Das ist die ideale Customer Journey aus einer Marketing- und Salesperspektive. Das heißt, aus zwei Gesichtspunkten. Das eine ist natürlich, ich führe den Benutzer in Richtung Closing und gezielt in Richtung Abschluss und Kauf. Und der zweite Aspekt ist natürlich, ich minimiere die Zeit, die er sich auf der Seite bewegt und damit die Last, die er im System erzeugt. Das ist der eine Punkt. Also ganz wichtig ist an der Stelle die Customer Journey und dass man den Benutzer entsprechend führt auf der Webseite und möglichst zielgerichtet Richtung Kauf bewegt, wenn man verkaufen will. Der zweite Aspekt ist, wie kann ich dafür sorgen, dass im Idealfall im Backend gar nichts ankommt. Der Idealzustand ist, die Serverzugriffe gehen gegen Null. Klingt erstmal nachher ein Ziel, ist aber durchaus realistisch. Was haben wir jetzt für einen Ansatz auf der Technikseite? Wir haben, wie gesagt, diesen Funnel im Sinne von Landingpage und Shop getrennt und entkoppelt. Der zweite Punkt ist, wir haben ein CDN vorgeschaltet, also ein Content Delivery Network. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, was es wird. Wahrscheinlich wird es Cloudflare. Aber es gibt auch andere Alternativen, wie jetzt zum Beispiel Akamai, Verizon, Key, CDN, was immer es da gibt. Im Endeffekt ist Cloudflare an der Stelle, die haben die höchste Verbreitung, die haben weltweit knapp 160 Rechenzentren. Und der Punkt ist an der Stelle, für jemanden, der das CDN-Konzept nicht kennt, es gibt Points of Presence in verschiedenen Ländern, die idealerweise sehr nah am Benutzer sind. Und die Inhalte der Webseite werden verteilt über das CDN an sämtliche Points of Presence und werden dadurch vorgehalten und gecached, sodass einer, der zugreift, ein Benutzer, der zugreift, auf irgendein Cloudflare-Data-Center landet, von da die Inhalte geliefert bekommt und damit überhaupt nicht auf unserem Server landet. Das heißt, ich richte im Backend den Server schon so ein, dass alles auf das CDN repliziert wird. Das CDN selber hat eine automatische Verteilung über sämtliche Points of Presence, die ich auch noch steuern kann, wenn ich will. Ich meine, wir erwarten nur Traffic letzten Endes aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Also in Brasilien oder Australien oder sonst was wird sich die Sendung wahrscheinlich keiner angucken. Das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, sagen, wir machen nur Deutschland, hat aber nicht wirklich einen Mehrwert für uns. Also es ist weder günstiger noch besser noch irgendwas anderes. Ein zweiter Punkt, der für uns wichtig ist bei dieser CDN-Integration, ist das Thema, dass wir dynamisch entwickeln wollen. Das heißt, wir wollen, wie ich das aus IT-Projekten so gut kenne, bis zum letzten Moment in der Lage sein, noch irgendwas zu verändern, an der Seite zum Beispiel. Das heißt, ein weiterer Aspekt ist, dass das CDN eine gewisse Zeit braucht, um sich aufzusynchronisieren. Also bis zu 24 Stunden typischerweise. Das heißt, wenn ihr irgendwas reingebt, dann dauert es bis zu 24 Stunden, bis es auch tatsächlich irgendwo überall verfügbar ist. Und das muss man mit berücksichtigen, wenn man solche Dinge tut. Das heißt, wenn wir zwei Stunden vor der Sendung jetzt irgendeine Änderung machen würden, dann würden die Änderungen höchstwahrscheinlich nicht mehr ankommen im CDN und damit würden die alten Inhalte als Halt serviert. Bei dem Einsatz von CDNs gibt es einen Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist, ich kann sehr gut statische Inhalte verteilen über ein CDN. Ich kann überhaupt nicht dynamische Inhalte verteilen. Das heißt, wenn jemand im Shop ist, er hat eine Session laufen, er hat sich eingeloggt, angemeldet, ist im Warenkorb, sucht sich Dinge aus, dann kann ich zwar die Bilder, Beschreibung, was auch immer, aus dem Shop über einen CDN ausliefern, aber die Session selber muss immer auf dem Server laufen. Und das ist auch ein Thema, wenn man über andere Dinge redet. Ich habe zum Beispiel vor gut zwei Wochen, vor drei Wochen oder so was auf dem Web-Montag in Bonn jemanden getroffen, der hatte am nächsten Tag eine Ausstrahlung in dieser Sendung und er sagte, die haben im Backend 24 AWS-Server aufgebaut mit Load Balancing. Und wenn man solche Konstrukte macht, also mit Load Balancing arbeitet, ist halt der Knackpunkt, auch mit CDNs, ist halt der Knackpunkt, wie stelle ich sicher, dass die Session des Users konstant bleibt. Dass der in seinem Warenkorb bleibt, dass der bei mehreren Zugriffen eben nicht auf einem anderen Server landet und plötzlich nicht mehr in seinem Warenkorb ist und solche Dinge. Also da gibt es in der Infrastruktur einiges zu tun. Und die andere Thematik ist, wie halte ich die Webseite möglichst schlank. Wir haben jetzt, also von der WordPress-Seite, haben wir es so gemacht, die Landingpage ist erstellt mit OceanWP als Team und mit Elementor als Page Builder. Ich habe Tests gemacht, weil ich gelesen habe, dass zum Beispiel Astra als Team schlanker sein soll, also performanter sein soll an der Stelle, stimmt, nach meinen Tests, ist aber nicht wirklich relevant. Und ich habe gleichzeitig festgestellt, dass ich mit Astra nicht so gut zurechtkomme, weil mir OceanWP halt mehr Möglichkeiten bietet von dem, was ich halt brauche. Dementsprechend sind wir auf OceanWP geblieben und haben jetzt nicht noch themenseitig das Ding optimiert in WordPress. Der andere Punkt ist, was ziemlich nervig ist, wir haben die alte Webseite erstellt mit einem Freelancer, mit einem externen, wir haben die erstellt mit einem Freelancer. Und im Zuge der Erstellung, die ich jetzt gemacht habe, also ich erstelle die Webseite selber, habe ich festgestellt, dass der doch ziemlich viel Overhead eingebaut hat. Das heißt, wenn man eine Migration macht, also wenn man, nehmen wir da All-in-One WordPress für die Migration zum Beispiel und Backup, dann merkt man, dass man bei der alten Webseite irgendwie 760 Megabyte transportiert und 32.000 oder 33.000 Dateien. Und bei der aktuellen Version und ungefähr 10 oder 12 MB Gesamtvolumen der Webseite. Und mit der aktuellen Version haben wir das ungefähr gezehntelt. Das ist letzten Endes aber auch das Minimum, was ich jetzt rausgebracht habe. Das heißt, wir sind bei knapp 700K, was die Webseite angeht, beim initialen Laden. Wir sind bei 3300 Dateien, also auf dem Backend und haben ungefähr 700K, 3300 Dateien. Wenn man sich webmäßig überlegt, was wäre das Minimum, Optimum, was auch immer, von den Medien her ist es relativ festgelegt. Also sprich Video, Fotos, Texte und so weiter, sind ja erstmal identisch, egal ob ich jetzt WordPress nehme oder irgendwas anderes nehme. Also die Inhalte, nehmen wir mal an, sind identisch. Aber im Idealfall komme ich natürlich auf vier Dateien oder drei oder fünf. Wenn ich sage, ich baue eine reine Webseite, nehme nicht WordPress, sondern ich mache HTML, ich mache CSS, ich mache JavaScript, komme ich auf eine minimale Anzahl von Dateien. Also statt 3300 komme ich auf eine Handvoll, nahezu buchstäblich. Und deswegen war für uns die erste Überlegung, nehmen wir überhaupt WordPress an der Stelle oder bauen wir eine statische Seite. Und wir haben jetzt gesagt, wir optimieren es durch für WordPress. Wir sorgen dafür, dass es produktiv läuft mit WordPress, haben aber immer noch die Option, wenn uns langweilig ist und wir noch Zeit übrig haben bis übernächste Woche, werden wir das Ding noch als statische Seite implementieren. Hat den zweiten Vorteil der Security. Das heißt, in so einer Sendung, wo fünf Millionen Leute zugucken, hat sicherlich der eine oder andere auch die Idee, diese Webseite abzuschießen. Weil es gibt nette Menschen und die werden dann auch kreativ. Und mit einer statischen Seite habe ich natürlich nahe null Angriffspunkte. Während ich bei WordPress halt aktiv eine Instanz laufen habe und Einstiegspunkte habe für potenzielle Hacks und DODs und was weiß ich auch immer da schon Nettes passieren kann. Weiterer Punkt ist, ich kann eine statische Seite relativ flexibel hosten. Also auf einem EC3-Share, AWS zum Beispiel oder über GitHub oder was auch immer. Das heißt, ich kann sogar mit einer Standardinfrastruktur, die weltweit verteilt ist, kann ich relativ viel Performance und Zugriffe abfangen, weil die Dinge entsprechend skalieren. Aber wir reden hier von WordPress und nicht von statischen Seiten, aber das nur als Hintergrundinfo. Von der Infrastrukturseite, ich habe eine gewisse Affinität zu Microsoft. Deswegen haben wir uns entschieden, das auf Microsoft Azure zu hosten, letzten Endes, zumindest für den Peak. Das heißt, wir haben eine Public-Cloud-Lösung, Plattform as a Service. Was heißt das konkret? Wer von euch hat Erfahrung mit Public Cloud oder weiß grob irgendwas zu Public Cloud? Okay, relativ wenige. Dann sage ich da kurz was zu. Die Thematik ist, ich kann in einer Public Cloud Infrastructure as a Service machen. Das heißt, ich kann analog zu einem physischen Server, kann ich virtuelle Maschinen zum Beispiel betreiben und kann darauf meinen WordPress-Stack installieren und kann das quasi wie ein Web-Server voll installiert laufen lassen. Eine Thematik. Die zweite Thematik, ich kann das machen, das nennt sich Plattform as a Service. Das ist ein Layer höher. Das heißt, ich habe keinen Server oder eine virtuelle Maschine laufen mit einer Installation, die ich machen muss, um die ich mich kümmern muss, sondern ich kriege in dem Fall WordPress schon direkt bereitgestellt als Service. Das heißt, ich muss nichts installieren an MySQL oder Web-Server oder sonst irgendwas, sondern mein direkter Zugriff ist WordPress. Das heißt, ich mache eine Installation über ein Template in der Cloud und habe danach eine WordPress-Instanz laufen. Und das war's. Das ist charmant. Aus zwei Gründen. Einmal habe ich kein Problem mit Patching, mit irgendwelchen Themen, die ich auf dem Server sonst machen müsste in einer virtuellen Maschine. Zweiter Punkt, ich kann das Ding sehr gut updaten und muss mich auch nur um das WordPress kümmern. Und ich habe eine gute Skalierungsmöglichkeit. Das heißt, alle Clouds, egal ob jetzt Google oder Amazon oder Microsoft, haben die Möglichkeit, so etwas im sogenannten Autoscale zu machen. Das heißt, ich kann sagen, ich kann unterschiedliche Größenordnungen definieren, Leistungsklassen definieren. In dem Fall gibt es, ich glaube, sieben Stück. Also von einer kostenfreien Entwicklungsumgebung, die relativ wenig Power hat, bis hin zu einer relativ high-endigen Maschine, die dann etwas mehr kostet. Das ist immer Pay-Per-Use, also Abrechnung pro Minute Nutzung. Ich weiß nicht, ob ein Hoster hier im Raum ist. Ich hoffe nicht. Ah, okay, dann lag ich nichts. Alles gut. Was im Gegensatz zum Hosting-Ansatz bei uns den Vorteil hat, wir haben, wie gesagt, wirklich einen Peak von einer Stunde oder anderthalb. Das heißt, wenn ich das über ein klassisches Hosting mache, müsste ich für den Peak auch die Kapazitäten bereitstellen. Und es gibt relativ wenige Hoster, die so einen server, einen dedizierten Server in der Größenklasse für eine Stunde vermieten. Wenn es gut läuft, musst du nur einen Monat zahlen. Wenn es nicht gut läuft, musst du auch längerfristig zahlen, weil natürlich die Maschine dediziert aufgesetzt wird. Und dementsprechend kostet es normalerweise Einrichtungsgebühr oder entsprechend längerfristige Laufzeit zu einem entsprechenden hohen Preis. Bei Public Cloud ist der Vorteil halt Minutenpreis und ich kann dynamisch hoch und runter skalieren. Das heißt, ich kann das so konfigurieren, dass ich sage, jede Sekunde prüft er, wie die Last ist. Wenn die Last über x Prozent kommt zum Beispiel von der aktuellen Instanz, wird die nächste hochgefahren. Und ich kann gleichzeitig sagen, guck innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten, wie hoch die Last ist. Und wenn die Last unter x kommt, dann fahre ich wieder runter, fahre die Instanz wieder runter. Das heißt, ich habe wirklich zielgerichtet genau die Performance und die Leistung, die ich halt jeweils brauche dafür. Hat natürlich auch Nachteile, muss ich auch ganz klar sagen. Das heißt, wenn ich konstant eine Last x habe, dann bin ich mit einem Standard-Hosting günstiger unterwegs als mit einer Cloud-Lösung typischerweise. Und ich bin auch simpler unterwegs, weil ich halt einen entsprechenden Service kriege typischerweise bei den Hosting, bei den Hostern auch WordPress-spezifisch, was ich halt in der Public Cloud mehr alles selber machen muss. Aber wie gesagt, in dem Fall kurze Peaks. Wir reden von einer Ausstrahlung am Dienstag, Primetime. Und wir reden von einer Wiederholung am Freitag, in einem Nebensender, sage ich jetzt mal. Und wir reden davon, dass über Video on Demand auch noch was zwischendurch kommt. Wobei ich jetzt gelernt habe von der Agentur, die die Betreuung da macht, von den diversen Shops und so, dass man eigentlich diese On Demand und Wiederholung der Sendung vergessen kann, was Lastspitzen angeht. Also sie sagen, das ist marginal, braucht man sich eigentlich nicht darum zu kümmern. Das heißt, eigentlich geht es darum, im Kern der Sendung, wenn sie ausgestrahlt wird, dienstags, die Lastspitzen abzufangen. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Von der Entwicklungsseite, wie gesagt, Elementor und Ocean VP geht natürlich auch mit allem anderen. Also man kann beliebige Themes oder Page-Bilder oder Nicht-Page-Bilder oder was auch immer nehmen. Vielleicht sogar Gutenberg. Weiß nicht, im Moment. Aber egal. Für so eine Produktion. Aber egal. Nein, könnte ich auch machen. Und wichtig sind zwei Sachen oder von der Stufung her. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal angefangen mit der kleinseitigen Optimierung. Weil es gibt im Prinzip, wenn man will, in dem Fall zwei Stufen. Das eine ist, ich sollte dafür sorgen, dass auf der kleinen Seite die Ladezeit möglichst optimiert ist. Und das ist völlig wurscht, ob ich jetzt einen User oder 500.000 habe. Das heißt, der erste Schritt ist mal auf die Ladezeit hin zu optimieren im Client, im Browser. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mich darum kümmern, um das Scale-Out, also sprich X-User-Parallel-Concurrent-Use abzufangen. Andersrum ist relativ sinnlos. Also wenn ich mit einer unoptimierten Seite reingehe, die schon wie vorher 12 Megabyte mitbringt und 12 Sekunden lädt, dann brauche ich mich um die 500.000er Skalierung nicht mehr kümmern. Weiterer Punkt in dem Fall bei den Größenordnungen, bei CDNs, beziehungsweise auch in Public Clouds, zahlt man oft nach Volumen bei solchen Dingen. Das heißt, je weniger Datenmenge ihr transferiert, sprich je kleiner die Webseite ist von dem Volumen her, von der Größenordnung her, desto weniger zahlt man dann auch an der Stelle. Wir haben zum Beispiel CDN-Integrationen, kann man auch machen über Microsoft Azure oder AWS. Und das kostet zum Beispiel 8 Cent pro Gigabyte Traffic. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben potenziell über die Woche vielleicht ein paar Millionen User, dann ist das durchaus ein Faktor. Also ich habe mal hochgerechnet jetzt mit 5 Millionen Usern und komme auf knapp 300 Dollar an Kosten über die Gesamtlaufzeit. Das ist natürlich, wenn ihr bei 700k, sind wir jetzt Kilobyte der Größe, wenn ihr die Größe halbiert oder verdoppelt, dann halbiert sich oder verdoppelt sich natürlich dann auch dieser Kostenfaktor. Also da muss man auch bei den Volumen, die da anstehen, auch nochmal darauf achten. Cloudfair in dem Fall ist, wir haben eine kostenfreie Variante gewählt. Das heißt, da zahlen wir keinen Volumentarif an der Stelle, sondern die machen das for free, weil die ein Freemium-Modell haben und darauf setzen, dass man halt Upgrades bezahlt und dann über eine entsprechende Monatspauschale oder kostenpflichtige Module dann die Kohle reinkommt. Das heißt, Seite optimieren heißt vor allen Dingen, erstmal gucken, was mit der Seite los. Da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Das eine ist über Browser-Tools, also sprich Developer-Tools in Firefox, in Google Chrome. Vielleicht von den Browsern her, wir haben nichts gemacht in Richtung Rückwärtskompatibilität. Also Unterstützung von, keine Ahnung, Internet Explorer 6 oder irgendwie solche Späßchen. Nein, machen wir nicht. Wir setzen auf, auf aktuellen Versionen und das Profil in dieser Sendung ist zum einen 80% mobile beim Zugriff. Das heißt, die Leute sitzen vorm Fernseher, die haben ihr Smartphone in der Hand, die sehen das Produkt oder sehen irgendwie den Pitch und sagen, ich gucke mal eben nach. Oder vielleicht haben sie ein Tablet, aber jedenfalls haben sie typischerweise keinen Laptop oder einen Desktop irgendwie da rumstehen im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, was weiß ich, wo man so guckt. Und gehen dann irgendwie in den Desktop. Das heißt, wichtig ist für uns in dem Fall ganz klar responsive und mobile Support. Ganz wichtig. Wenn man sowas wie Viva-Bilder oder Elementor nimmt als Page-Bilder bei uns, hat es den Charme, dass es a. schon responsive entsprechend gemacht wird und dass man auch in der Lage ist, über eine Umschaltung des Modus auf Smartphone bzw. Tablet genau zu sehen, wie sich die Seite darstellt. Also es gibt dann so Späße, dass man irgendwie plötzlich auf dem Smartphone Dinge nicht mehr zentriert hat, weil die Umbrüche anders sind auf der Seite und solche Geschichten. Und das kann man zum Beispiel in dem Fall mit Elementor relativ charmant alles sich angucken und dann eben auch korrigieren. Man kann dann auch gezielt Elemente rausnehmen, wenn man sagt, ich habe hier, keine Ahnung, irgendwelche wilden Bilder, die möchte ich nur auf dem Desktop zeigen oder auf dem Laptop, aber nicht unbedingt auf dem Smartphone. Die kann man dann rausnehmen, dass die im Mobile-Modus nicht gesetzt werden. Und alles, was dazugehört zum CSS und zur Aussteuerung, Media-Quiz und so weiter, wird automatisch über den Page-Bilder gemacht. Das ist der Charme gegenüber einer statischen Seite, die ich ausprogrammiere mit AMP oder mit HTML, CSS, JavaScript. Da muss ich mich um die Dinge natürlich selber kümmern oder ich nehme ein Developer-Framework wie Bootstrap oder Vue.js oder was auch immer es da so gibt oder Angular, aber dann bin ich halt auch in der entsprechenden Komplexität unterwegs mit JavaScript. Das heißt, frontseitige Optimierung, Developer-Tools in den Browsern ist ein Thema. Es gibt noch zwei schöne Webseiten. Es gibt eine Webseite für Performance-Messungen, die ist ziemlich aussagekräftig. Die nennt sich Webpagetest.org. Die ist eigentlich so der Marktführer, in Anführungszeichen, also kostenfrei. Und bei der Seite habe ich den Charme, ich kann definieren, von wo zugegriffen wird. Also wir haben eine weltweite Server-Infrastruktur. Und ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel mal einen Zugriff auf Dallas, Texas simulieren, wenn ich glaube, dass ich einen USA-User habe und kann so Themen damit auch wie Latenzen über weitere Entfernungen mir angucken, was die für einen Impact haben. Ich kann auch die Bandbreite vordefinieren. Das heißt, ich kann auch schmalbandige Leitungen simulieren und ich kann den Browser vordefinieren, sodass ich halt mit diesen drei unterschiedlichen Dingen spielen kann und genau gucken kann, was passiert, wenn einer mit einem Chrome aus Dallas mit 9600 Kilobit zugreift. Dann wird er wahrscheinlich erst mal gar nichts sehen, aber nur als Beispiel. Also sprich, da habe ich viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig gibt mir das Tool eine sehr ausgefeilte Analyse der Seite, also ein Waterfall-Diagramm, über sämtliche Komponenten, die geladen werden. Also Größe, Zeit und was wann wie geladen wird, wie groß es ist und so weiter. Also ich kann sehr dediziert gucken, wie groß sind meine Bilder, wie lange brauchen die zum Laden, wie ist die Sequenz und so weiter. An der Stelle Bilder, ja, wie soll man sagen, so klein wie möglich, aber nicht kleiner, ist die Devise. Also das heißt, ich muss einen guten Kompromiss finden zwischen der Dateigröße am Ende des Tages und der Darstellung. Also wenn ich, ich sage mal, JPEG-mäßig das durchoptimieren mit 10% Qualität und ich kann nur noch schemenhaft irgendwas erkennen auf dem Bild, habe ich natürlich nichts gewonnen, habe ein minimales Bild, aber am Ende des Tages sehe ich nichts drauf, nicht gut. Andersrum, wenn ich sage, hey, ich mache die Formate direkt aus der High-End 45 Megapixel Kamera und lade die halt 1 zu 1 hoch und habe dann meine, keine Ahnung, 5, 8, 10 Megabyte großen Bilder, wird es auch schwierig, weil dann sehe ich auch nichts mehr, weil die so lange zum Laden brauchen, dass nichts ankommt. Also sprich, ich muss irgendwo einen Kompromiss finden zwischen Größe und dem, was letzten Endes noch erkennbar ist, oder der Qualität des Bildes. Ja, also zum einen Photoshop, also ich nehme tatsächlich Photoshop, weil ich Hobbyfotograf bin und viel mit Photoshop arbeite, also für die erste Optimierung der Medien. Es gibt dann weiterhin noch das Thema, dass man Plugins hat, die nochmal cachen, die auch optimieren, sowas wie Autoptimize zum Beispiel, oder wir haben im Caching-Bereich WP-Supercache im Einsatz von Automatic direkt. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, zum Beispiel auch komprimiert zu übertragen. Also du kannst zwischen Server und Browser kannst du G-SIP-komprimierte Übertragung einstellen, konfigurieren, entweder über einen Web-Server direkt oder über ein Plugin. Und darüber kriegst du auch nochmal einiges an Bandbreite und Verkleinerung raus. Zu Lasten natürlich des Entpackens auf der Client-Seite. Also man muss ein bisschen aufpassen, was kommt am Ende beim Browser an und wie viel Last lege ich dann auf das Zielsystem. Also insbesondere, wenn ich Mobile-Phones habe, die vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust sind. Ist das durchaus ein Faktor. Also wenn ich da irgendwie ein Dutzend Apps laufen habe auf meinem Mobile und dann kommt die Seite, wo ich erstmal eine riesen Power in der CPU brauche, um die zu entpacken, ist auch schwierig. Also auch da muss man einen gewissen Kompromiss finden zwischen der Optimierung im Backend und der Last, die ich dann letzten Endes auf dem Browser oder im Frontend generiere. Ja. Das kommt bei den Liedern. Nein, nein, also das ist die Startseite der Landingpage. Also es ist die erste Seite, die dargestellt wird. Das ist ja die komplette Datenmenge. Ja. Ja. Klar. Also der andere Schritt wäre, wirklich runterzugehen, nochmal auch eine statische Seite zu bauen, das durchzuoptimieren und so weiter. Also da sind wir aber jetzt auch noch dran. Also wir sind erstmal jetzt, Sonntag ist die Setzung, dass wir komplett in Produktion sind, also ready to run sozusagen, jetzt Ende der Woche, sprich morgen. Und dann in der nächsten Woche noch weitere Testenoptimierungen zu machen. Ja, wobei am Ende des Tages, ist, ist dann die Frage, Darstellung versus Last ein Stück weit. Also es ist nicht wirklich viel Delta, also in unserem Fall ist es jetzt nicht viel Delta, was da wirklich rauskommt. Also bei dem Laden jetzt der Fonts zum Beispiel, der Google Fonts oder so. Ja. Ich wollte noch sagen, bei den Bildern, die ich schon gespannt hatte, aber ich habe super Erfahrungen, jetzt bei der Wayprox, was ja gerade bei der Bildern, erstmal war Fotos selbst zu kontrollieren, wie du auch, aber dann nebenan nach und nach noch mehr rein, die in die Funktion, um die Funktion zu gehen, das ist auch ziemlich geil, das ist auch eine Menge. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Internetseite löst, also da, oder irgendwie, gibt es noch die Funktion zu, das macht jetzt Image-On, Off, Image-Off, genau. Und das macht auch noch Markets-Stat aus. Und zusätzlich dazu nutzen wir aktuell dann noch, dann wird die Smart von... Ja. Also ich wiederhole es nochmal für die Aufzeichnung, also Tiny PNG, online, WP-Smash, haben wir auch ausprobiert. Und Outoptimized auch noch als Ergänzung zu dem Super-Cash dann. Ja, bei Outoptimized haben wir jetzt Grundsätzlich auch, zu dem das jetzt bestellt, weil der dann keine Artikel macht, auch mal einen Update oder so weiter, und dann gibt es die Kreative, die man zur Seite. Ja. Oder die Kunden sehen, die Seite ist der Schock, aber wir selber nicht, das ist auch noch auch schon. Ja. Deswegen, da sind wir sozusagen von weggegangen, aber das müsste man dann im Einzelfall einfach was suchen, oder was nicht mehr, 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 oder was nicht mehr. Und ich habe festgestellt, dass es durchaus Plugins gibt, die Apache voraussetzen, und dann zum Beispiel in die .htxs direkt reinschreiben wollen. Wenn du natürlich ein IIS-Windows laufen hast, dann gibt es die nicht, hat auch keinen Effekt, weil das Ding heißt dann Web.config im Backend, und da sind mir durchaus ein paar Sachen um die Ohren geflogen. Also da muss, aber wenn ihr auf, sagen wir mal, Linux, Apache seid, oder Nginx, denke ich mal, ist das nicht so kritisch. Windows ist immer schwieriger. Ja, sorry. Ja, also haben wir auch, wobei wir haben zum einen mal, das ist auch gut über Cloudflare, gibt es einen DDoS-Attack-Schutz, der ist praktisch integriert, also das war eine Sache, die uns wichtig war, und auf der Security-Seite, hier ist im Moment aber nicht den Namen parat, aber ja, da machen wir auch was im Wechsel. Ja, ja, ja. Haben wir jetzt nicht konfiguriert. Ja, das wäre nochmal ein Tipp, zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht viel, um die Systeme zu verändern. Mhm. 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 Javascript runterschmeißen mit welchem Ersatz für aktive Komponenten, oder? Ja. Und das ist halt genau die Überlegung, die wir auch haben, weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst schnell entwickeln und haben deswegen auch WordPress, Elementor und so weiter genommen. Gleichzeitig ist natürlich der Punkt, ich habe einen extrem hohen Overhead, den ich mitschleppe. Also wir haben am Anfang schon gesagt. Und deswegen ist die Überlegung, das wirklich, wie du jetzt auch sagst, komplett runterzustritten. Wir haben praktisch keine Komponenten, also wir brauchen keine Javascript-gestützten Komponenten großartig. Das heißt, mit HTML, CSS könnten wir prima auskommen. Und das ist die Überlegung. Für uns ist im Moment halt einfach die Frage, kriegen wir das zeitlich hin, bis übernächsten Dienstag. Das ist der einzige Punkt. Ansonsten auf jeden Fall, ja. Ja. Das ist der interessante Teil. Ich sage mal so. Ich glaube nicht, dass es gut geht. Ich habe Hoffnung, aber ich bin nicht überzeugt, dass es gut geht. Sagen wir mal so. Der Hintergrund ist der, es gibt bei uns, weil es ja ein physisches Produkt ist, gibt es halt das Thema, zum einen natürlich, was mit dem Web auftritt und so weiter und die Performance im Shop. Zum Zweiten gibt es aber natürlich auch das Thema, was ist mit ERP-Integration und Logistik. Und wir haben uns verschiedene Optionen angeguckt, unter anderem Amazon FBA, wo du natürlich mit der Skalierung überhaupt kein Problem hast, wo du dann aber ein massives Problem mit der Marge hast. Also wenn es nicht gerade ein extrem hochpreisiges Produkt ist, was unseres nicht ist, dann fährt uns das die Marge so sehr in den Keller, dass wir es eigentlich mehr oder weniger auch vergessen können. Es gibt diese besagte Medienagentur, mit denen habe ich geredet. Die haben gesagt, vergesst den Shop, wie ihr ihn jetzt habt. Der wird abrauchen, baut eine minimale Shopify-Lösung auf und routet das dadurch, das skaliert und das war es dann. Wir haben damit aber zwei Probleme. Zum einen kriegen wir die ganze Backend-Anbindung nicht hin, in der Kürze der Zeit. Damit meine ich jetzt ERP-Integration und Logistik, weil logischerweise, wenn wir hoffentlich viele, viele Bestellungen haben, dann, wir haben zwar selber ein Lager und wir machen auch selber Versand im kleinen Stil, wie gesagt, der Rest läuft über einen Lizenznehmer europaweit und wir können halt nicht tausende von Bestellungen abwickeln über unseren eigenen händischen Prozess, also wirklich mit der Hand am Arm das Zeug packen. Das heißt, wir müssten dann Fulfillment aufsetzen, Schnittstellen und so weiter und das ist einfach zu komplex und zu kurzfristig. Und der zweite Punkt ist, wir haben mit diesem Händler halt jetzt auch eine sehr gute Vereinbarung und er hat auch einige Dinge getan, um uns entgegenzukommen und dementsprechend, weil wir da auch die Partnerschaft eben nicht durch irgendwelche anderen Geschichten, jetzt gefährden. Also er geht halt auf eine maximale Hosting-Power, also dedizierter Server Maximum bei seinem Hoster, den er hat, dessen Name ich jetzt nicht nenne. Und das Thema ist, wir sind jetzt noch dabei, wir haben zwei, oder andersrum, ich war vor, ich glaube, drei Wochen ist jetzt her, war ich auf dem Web-Performance-Meetup in Köln und habe da einen Kontakt geknüpft zu zwei kleineren Firmen, die dediziert Performance-Optimierung machen, also Last-Test- und Performance-Optimierung im großen Stil, also die haben so Kunden auch wie, sagen wir mal, Otto oder Rewe oder so was. Und mit denen bin ich jetzt im Kontakt, auch den Shop nochmal zu optimieren, also wir haben Montag nochmal einen Termin, wo es einmal um das Thema CDN geht für den Shop, also zumindest die passiven Komponenten irgendwo nochmal rauszuziehen vom Traffic und eventuell noch andere Möglichkeiten. Aber da sind wir klar begrenzt. Also sprich, guter Punkt Mario, wenn ihr hinten einen Shop laufen habt, ist das sicherlich der Fokuspunkt, auf den ihr euch konzentrieren solltet bei der Performance-Optimierung. Das ist ein, bei dem Partner ist das ein Gambio-Shop. Gambio. Ja. 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 Das machen wir auf jeden Fall. Also auf der Landingpage nochmal genau die Kontakte abgreifen, über Newsletter, ähnliche Themen. Wir machen auch das komplette Pricing auf die Landingpage, sodass wirklich möglichst nur die Leute, die sagen, der Preis passt für mich, auch dann in den Shop gehen. Das heißt, die, die einfach nur im Shop schnüffeln wollen, sozusagen am Ende auch nicht kaufen, hoffen wir, dass wir dann einen Großteil davon abhalten, in den Shop zu gehen. Das ist auch auf YouTube. Ja. Genau. Ja. Ich würde sagen, das sind so die Kernthemen, die wir machen. Performance-Messung hatte ich was zu gesagt. GT-Metrics vielleicht noch als Tool. Also zu webpagetest.org auch in der Richtung ein gutes Tool. Und was wir jetzt im Moment halt vor allen Dingen auch noch machen, kurzfristig sind Lasttests, um wirklich sicherzustellen, dass das auf der CDN-Seite entsprechend auch funktioniert und dass die Zugriffe möglichst auf dem Backend nicht stattfinden. Und wir machen dann, wie gesagt, Public Cloud Autoscale, so dass wir im Endeffekt bis zu 20 Instanzen automatisch hoch und runter fahren können zu den Peak-Load-Seiten. So als Konstruktion. Die Datenbank läuft getrennt, aber der Punkt ist, durch das Caching dann auch auf der WordPress-Seite sollten wir da möglichst keine großartigen Zugriffe mehr haben. Bitte? Okay, aber das ist ja nicht auf der Landingpage. Das ist ja dann auf dem Shop. Ja, genau. Also wir haben praktisch die Kaskade, wir haben das CDN, wir haben dann WordPress-mäßiges Caching, Browser-seitiges Caching entsprechend konfiguriert und wir haben dann Autoscaling in der Cloud für die eigentlichen Instanzen. Tracking von? Bisher noch nicht. Echt? Ja. Wir brauchen die Daten, es wäre interessant, die zu haben, aber wir brauchen sie, glaube ich, nicht unbedingt. Ja. Also die Last machen wir über Azure Monitoring dann in dem Fall, also auf der Backend-Seite und Google Analytics überlegen wir im Moment noch, ob wir es machen oder nicht machen. Ja, die Frage ist, was ist das? Ja, das Thema ist, uns geht es vor allen Dingen darum, relativ richtig, aber uns geht es darum, weil wir den Lizenznehmer haben, der Marketingvertrieb europaweit macht, ist der Punkt vor allen Dingen, in dem Peak der Sendung möglichst viel abzuverkaufen. Und danach, das Geschäft im Regelbetrieb läuft eh über einen Lizenznehmer. Also sprich, wir machen kein dediziertes Marketing oder ähnliche Aktionen überhaupt mehr. Der Klima kümmert sich komplett um auch die Werbung dann außerhalb von dem Peak hier her. Der macht alles, der macht halt Marketing, Produktion, Logistik, Sales. Ja. Ja. Guter Punkt, ja. Ja, danke. Ja, AMP werden... Ja. Okay. Stopp. Okay, ich kriege die Stopp-Karte. Gerne noch im Nachgang. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Feedback, euren Input. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Das war's für heute.